Wow! Ich wollte eigentlich zuerst schauen, aber naja, dann halt... Wow! Wow! Ganz viele Ruine, aber alles nur eine. Wenigstens ist das kein Treibsand. Oh, Mist. Stimmt ja. Wow! Da geht's nicht durch! Wer wurde denn sonst? Ah, Mist. Ah, hier geht's doch. Da könnte man noch den ganzen Sand wegblasen. Oh, meine Güte. Ist vielleicht sicherer. Oh! 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 Fast verpasst's den Schalter. Okay, der lässt sich nicht mehr so. Wäre da eine Truhe? Wäre da eine Truhe? Da wäre eine Truhe. Kommt man da irgendwie hin? Ja, hier lang. Ja, so rum ist's, glaube ich, doch sicherer. Probier. Probier. Und das im Hintergrund klangt, klingt nach schlechtem Wetter. Und das im Hintergrund klangt, klingt nach schlechtem Wetter. Oh! 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 Füllen. Oh, ne Fee, cool. Das kann ich gebrauchen. Noch ne Fee? Ich bezweifle es zwar, aber... Was ist los? Hm, Robine. Oh. Ja. Doch keine Truhe, wie soll ich auch... So, dann schnell, schnell den Raum verlassen. Noch kurz... Töpfe zuschlagen. Töpfe zuschlagen. Oh, Mist. Na. Apropos. Das andere... Ausrüsten. Nicht, dass ich dann aus Versehen die Fee freilasse. Gut. Okay. Okay. Puh. Aber der ist ja schon an. Ah. Ah. Jetzt kommen wir ganz gemütlich hier rüber. Okay. Mal kurz die Karte anschauen. Ach, da hätte es noch eine Vogelstatue gehabt. Ah, oben. Okay. Okay. Oh, Mist. Der Kind kennt den noch, oder? Oh, Mist. Mist. Jetzt. Okay. Die kennen wir auch noch. Die kann man verhältnismäßig leicht ausdrücken. Oh. Vor allem hier. Äh, hallo du. Du? Ah, Mist. Mist. Der Schild braucht dann bald wieder meine Reparatur. Wo... Wieso versteckt er sich da? Oh, Mist. Oh, oh. Hm. Die sind zu blöd. Wieso klappt das nicht? Oh, Mist. Klappt es mit dem anderen Schild? Oh, Mist. Okay. Da klappt es. Gut. Das hier öffnen. Oh, vielleicht hätte ich mich besser zuerst mal ungesehen, aber egal. Fährt der jetzt einfach hin und her, oder? Fährt der jetzt einfach hin und her, oder? Was mache ich jetzt? Das muss ich fast besiegen. Ja. Ja. Mhm. Habe ich schon mal gelesen. Habe ich schon mal gelesen. Greife den Körper an, um den Kopfteil in Reichweite zu bringen, oder setze eine andere Waffe ein, die das Auge aus der Distanz erreichen kann. Mhm. Ich weiß. Das bringt doch nichts, oder? Au. Das klappt irgendwie nicht. Ähm. Greife den Körper an. Ah, okay. Okay. Jetzt stechen, stechen. Stechen. Jetzt. Okay. Puh. Mist. Meine Herzen. Trinken. Oh, noch muss zwei so Dinger. Einfach auf der Seite bleiben. Ja. Jetzt haben wir zwei Schalter. Was macht der Schalter? Der ist unten. Der war vorher nicht unten. Das macht der Schalter da hinten. Puh. Kann man da nicht irgendwie das, das Zeugs öffnen? Kann man da nicht irgendwie das, das Zeugs öffnen? Ah. Hm. Logisch. Ich bin einfach zu doof. So. Ah, Mist. So. Jetzt kann ich hier wieder speichern. Äh, von vorne. Speichern. Ich weiß nicht. Entweder stelle ich mich hier einfach zu blöd an, oder... Mal auf der Karte schauen. Ja, noch ein riesiger Raum, und dann haben wir es dann auch irgendwie... Haben wir alle Truhen? Ja. Natürlich... Irgendwie eine verpasst, aber... Was soll's. Naja... Wahrscheinlich nur Geld. Gut. Das da ist doch sicher wieder so ein Lasertyp. Was soll's. Okay, now. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier... Oh, Mist. Da ist jetzt oben. Und jetzt ist unten. Ja, das um das Teil schneller anzuhalten, oder was? Das kopiere ich jetzt nicht ganz. Kann ich das wieder anstoßen? Das bringt es nicht wirklich. Und jetzt, ah, jetzt fährt es wieder los, wenn ich jetzt hier so, ah, jetzt ist es wieder hier, okay, und, und wie starte ich das Teil? Einfach so, und dann nochmals so, okay, gut, wenn es so sein soll. Jetzt. Oh, das ging hier schnell. Okay. So. Rein da. Mal den Raumanschauungen auf der Karte. Okay. Da draußen habe ich entweder irgendwie was übersehen, oder ich weiß auch nicht. Irgendwie sieht mir die Truhe egal. Der Viecher da weg. Und die Kletterwand für mich alleine. Okay. Oh. So, und jetzt da rüber. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh.